Wir feiern 10 Jahre QuizDuell App mit einem Nerdquiz Teams Spezial. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Wie es sich gehört, ein klein wenig Selbstbeweihräucherung, weil wenn wir es nicht machen, wer macht es dann? Ist es gang und gäbe im Nerdquiz. Wir begrüßen euch alle draußen an den Empfangsgeräten mal wieder zu einer wunderbaren Stunde Quiz-Unterhaltung. Diesmal unter einem dezent anderen Aspekt, denn ihr habt eingangs gehört, die beliebte QuizDuell App feiert gerade 10-jähriges Jubiläum. Kennt ihr, gibt es natürlich überall auf Handys seit 10 Jahren kostenlos im App Store bei Apple oder auch bei Google Play für Android-Phones zu haben. Und zur Feier des Anlasses gibt es ziemlich viele Aktivierungen, die gerade passieren über die nächsten drei Wochen. Besondere Inhalte, Social-Media-Gewinnspiele, unter anderem auch ein spezielles Nerdquiz. Ja, ein Team-Nerdquiz, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben nämlich eine sehr illustre Runde versammelt. Wir haben auf der, zu meiner ganz rechten Seite, das Team-Game mit Fabian und Sarah. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, danke, danke. Wie ist das Empfinden bei euch? Nerdquiz ist immer aufregend, weil es halt wirklich nur um Wissen geht. Aber ich habe mir jetzt heute Verstärkung an die Seite geholt und bin sehr happy, mit Fabian einen Quiz-Veteranen an meiner Seite zu haben, den ich jetzt gerade noch aufbaue. Sehr viele motivierende Worte und dann gewinnst du das für uns, okay? Ja, ich war tatsächlich ja schon häufiger beim Nerdquiz. Es ist immer so, es hängt sehr von den Gegnern ab und den Gegnerinnen. Ich bin sehr gespannt, weil ich kann unsere Gegner heute gar nicht so richtig einschätzen, wie gut die wohl so sind und was sie auch für Fragen drankommen werden. Das wird sehr spannend. Ja, es wird auf jeden Fall mal eine etwas andere Runde und wir gehen gleich noch mal auf den Modus ein. Aber nicht bevor wir das Teamshow hier begrüßen dürfen. Andrea ist natürlich ein Rückkehrer, du warst häufiger mit dabei. Aber Johanna, endlich mal vor der Kamera hier. Ja, hallo, freue mich. Freue mich, schön ist es hier bei euch. Aber natürlich, ich habe im Nerdquiz normalerweise nichts zu suchen. Deswegen freue ich mich, dass ich bei der Quiz-Duell-Edition jetzt mit reinkomme und so ein bisschen Rechts- und Linkswissen habe ich. Mal schauen. Wir denken sehr oft sehr gleich. Das könnte heute hilfreich sein, dass wir uns gar nicht besprechen müssen groß vor der Frage, sondern dass wir eh so gelinkt und gesüngt sind, dass wir beide die falsche Antwort im Kopf haben. Ich glaube auch. Immer so dieser Hoax, der immer rumgeistert, der aber nicht stimmt. Das könnte sein. Aber dieses interne Duell-Redaktion-Games-Redaktion-Show sozusagen passt, glaube ich, auch für das etwas adaptierte Fragenfeld, was wir hier haben werden. Unsere Fragentafel, wie ihr kennt, von den normalen als auch den Teams-Ausgaben von Nerdquiz, gilt weiterhin. Wir haben fünf Kategorien A5-Fragen mit steigenden Punktewerten, zwei verschiedene Runden. Wir werden pro Runde zwölf dieser Fragen ausspielen. Was diesmal anders ist, da Quiz-Duell über die zehn Jahre sau viele Fragen angesammelt hat, muss ich diesmal nicht den Fragenmeister machen, sondern die Fragen wurden uns vom Quiz-Duell zur Verfügung gestellt, dass wir sie hier auch benutzen können. Nicht nur nerdige Fragen, die natürlich auch mit inkludiert sind. Also sollten, glaube ich, beide Teams dann dementsprechend ihre Stärken ausspielen können. Und da wir auch noch den Teamfaktor hier haben, ihr spielt ja auf ein gemeinsames Konto, könnt natürlich wie üblich dann jeder buzzern, wenn er meint, es zu wissen, eine richtige Antwort geben. Bei einer falschen gibt es dann dementsprechenden Punktauszug. Es gilt nur eben jeweils das einzige Konto für das Team, was hier abgeht. Das sollte, glaube ich, eine gute Mischung und eine ziemlich spannende Runde ergeben. Wenn wir die ersten beiden Runden durch haben, dann werden wir in ein Buzzer-Finale übergehen, in eine Schnellrate-Runde, wie wir es kennen. Dann dürft ihr pro Team aber euch dann jeweils einen Repräsentanten oder eine Repräsentantin aussuchen, die dann gegeneinander antritt im Schnellrate-Runde-Finale. Bevor es dazu kommt, lassen Sie uns erst mal gucken, hier in Runde Nummer eins, wie die Fragen sind. Runde Nummer eins. Die Grafik dürfen wir nicht umsonst haben. Und wir schauen auf das Tableau heute. Aber die meisten Sachen sollten selbsterklärend sein. Für die Leute, die eher das Quiz-Duell kennen hier beim Nerdquiz, ihr seht's, wir sind alle mit Buzzern ausgestattet. Wir haben hier natürlich keine Multiple-Choice-Fragen. Dementsprechend sind dann nicht euch Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Aber ich hoffe, ihr könnt das dementsprechend kompensieren durch die geballte Brainpower. Ihr dürft euch, je nachdem, wie laut ihr euch das traut, natürlich vorher, vor dem Buzzern, absprechen untereinander. Aber sobald jemand aus eurem Team gebuzzert hat, muss diese Person auch die Antwort geben. Und danach keine Unterhaltung. Dann bitte mehr. Und es gibt auch keine Abstauber, ne? Keine Abstauber. Wenn die falsch liegen, dürfen wir nicht noch mal. Ihr könnt auch entscheiden, gar nicht zu buzzern. Es wird euch ja nichts dann aufgedrängt. Also so, wie wir die üblichen Nerdquiz-Regeln kennen, aber in einer ganz speziellen Quiz-Duell-Edition. Wie gesagt, pro Runde gibt es zwölf Fragen. Wir bestimmen erst mal, welches Team anfangen kann. Und natürlich, Fragerecht geht dann immer weiter. Also wir werden jedes Mal wechseln, egal ob richtig oder falsch. Wir lassen den Zuweisgenerator mal laufen. Das sind wir. Das sind wir. Das sind wir. Team Show darf beginnen mit der ersten Runde. Ihr dürft euch die erste Kategorie aussuchen. Ich muss mich erst mal reinfühlen. Ich hab keine Ahnung, wie das... Dann füllen wir uns mal rein mit deiner Lieblingskategorie. Essen und Trinken 200. Ja. Machen wir das? Ja, machen wir. Essen und Trinken 200. Und ihr habt gleich eine Schreibfrage erwischt. Schreibt ein Rezept auf. Ihr habt für euch auch dann Schreibtabletts. Also ihr könnt natürlich gemeinsam dann eine Antwort darauf schreiben. Ich stelle euch eine Frage. Ihr habt alle dann die Zeit, eine Antwort aufzuschreiben. Wenn ihr richtig liebt, bekommt ihr die Punkte. Wenn ihr falsch, gibt es keinen Abzug. Weil ihr werdet ja hier zu einer Antwort gezwungen. Ich möchte von euch bitte wissen, aus welchen beiden Getränken besteht ein Kalimocho, regional auch Korea oder kalte Muschi genannt? Das starke ich auch nicht. Warte mal. Ja. Wir geben euch mal 20 Sekunden für, aber ihr dürft noch zu Ende schreiben dann. Ich bin da natürlich prulant. Ich wiederhole die Frage nochmal. Aus welchen beiden Getränken besteht ein Kalimocho, regional auch Korea oder kalte Muschi genannt? Welche beiden Getränke sind drin? Doch, doch, doch. Oh, warte. Keine Sorge, ihr dürft zu Ende schreiben gleich. Auch wenn die Zeit durch ist. Oh, ich wusste das. Oh, ich bin nicht mehr 16. Schreibt ruhig noch auf. Es könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Es gab zwei Namen. Okay. Ach so. So, habt ihr beide, habt ihr alle notiert? Ja. Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Okay, dann würde ich einmal gerne die Antwort von Team Game sehen. Ist das nicht Cola-Bier? Cola und Bier wurde... Ist das nicht Diesel? Nee, 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 das heißt... Geschrieben, oder? Dann schauen wir doch mal die Antwort von Team Show an. Wir sind auf Bier und Fanta gegangen, aber sind uns nicht sicher. Bier und Fanta. Hier liegt leider beide. Okay. Das ist richtig. Ähm, die Mischung wäre hier gewesen. Tatsächlich Cola ist ein Bestandteil, aber Rotwein. Oh, stimmt. Oh, wer trinkt das denn? Eieiei, ich wusste, es ist irgendwas Schlimmes, irgendwas Schädiges. Cola und Rotwein. Man kann sich sagen, in allen Getränken gibt es alle möglichen Mischungen, die auch alle möglichen Namen haben. Ja. Der Kalimocho oder Korea oder die kalte Muschi, je nachdem, wo man das Getränk bestellen mag. Besteht aus Rotwein und Cola. Hätte man sich das herleiten können, irgendwas mit Mocho? Nee, ne? Boko... Nee. So spanisch bin ich nicht. Nee, das steht nicht auf meiner Getränkeliste. Team Show hat sich die Frage ausgesucht. Frage recht geht rüber zu Team Game. Ich weiß nicht mal, ob ich das ausprobieren wollen würde. Dann darf sich jetzt aus dem Tableau Team Game die nächste Frage aussuchen, bitte. Ähm, wir nehmen mal... Ich wäre für Filme. Im mittleren Bereich so. Du wirst doch auch noch mal eine 200 nehmen, oder? Ja? Ja. Okay. Kinofilme 200. Kinofilme für 200. Dann Hände neben die Buzzer. Für 200 Punkte möchte ich von euch wissen. In welcher Buchverfilmung taucht das Zitat »Dumm ist der, der dummes tut« auf? Ja. Fabian? Forrest Gump. Fabian sagt Forrest Gump. Das stimmt. Und das ist korrekt. Yay! Richtig. Forrest Gump, natürlich beliebtes Buch, sehr beliebter Film. Oscars hat es gegeben. Viele, viele Preise. Und Tom Hanks. Kann man sich ja nicht mehr wegdenken. Aus der Kinoladwahn. Fabian muss ein bisschen nachdenken noch. Das ist schon ein bisschen her. Es kam mir so leicht vor. Ich hab sofort Forrest Gump gedacht. Dann dachte ich, vielleicht willst du uns in die Irre führen hier. Bei 200 Punkten sind wir noch im niedrigeren Bereich, was den Anspruch angeht. 200 Punkte auf das Konto von Team Game. So. Und da wir hier Frage recht abwechselnd machen, kommt es wieder rüber zu Team Show. Johanna, such dir was aus. Ja. Ich nehme ... Ich will ein paar Punkte. Körper und Geist 100. Körper und Geist ... Erstmal mit einem großen Zeh ins Wasser rein. Erstmal gucken. Skinny Dipping. Körper und Geist für 100 Punkte. Hände nehmen die Buzzer, bitte. Ich möchte von der Justen für 100 Punkte. Auf dem Verzicht, welcher Substanz ruft die Gesundheitskampagne Dry January auf? Johanna? Alkohol? Alkohol ist korrekt. Da kann man sich selbst mal beklatschen. Okay. 100 Punkte ist immer ziemlich easy. Wir haben hier die Drinks. Wir haben die Fragen mit den Drinks. Ja. Die gibt es natürlich nicht nachher zum Abstauben, aber wir können gerne noch organisieren lassen danach. Gut, 100 Punkte hat euch der liebe Gersensaft und die anderen alkoholischen Getränke gebracht. Also 100 Punkte auf das Konto von Team Show. Fragerecht geht wieder rüber zu Team Game. Ich würde, glaube ich, gerne noch mal Essen und Trinken machen für ... Drei oder sechs? Mal 300, oder? Machen wir mal 300 Essen und Trinken. Essen und Trinken für 300 Punkte. Hände nehmen die Buzzer, bitte. Ich möchte von euch wissen. Unter welcher Erkrankung leiden Menschen, die von Montezumas Rache heimgesucht werden? Andreas? Durchfall. Andreas sagt Durchfall. Ja! Ich wollte fast sagen, es kam wie aus der Pistole geschossen, aber es kann missverstanden werden. Durchfall ist richtig. Juhu! Ich bin liebend Durchfall. Ja. Wenn wir essen und trinken. Ich finde das eine interessante Einung. Videospiele, Filme, Durchfall, Alkohol, Durchfall. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich vertan. Ich habe die falsche Frage vorgelesen. Das war nämlich gar nicht Essen und Trinken. Der hat doch nur Schwein. Körper und Geist bin ich reingerutscht. Sorry, das ist natürlich mein Fauxpas gewesen. Wenn es für euch okay ist, wir haben jetzt diese Frage ausgespielt. Ihr habt die Punkte bekommen, es lag ja kein Nachteil für euch beide. Voll okay. Ich muss mir merken, und Kategorien, es gibt zwei davon. Dann, äh, fragerecht, fragerecht geht rüber zu Team Game und ihr dürft euch die nächste Kategorie aussuchen. Draußen für 300. Draußen für 300 Punkte. Ich möchte für 300 Punkte von euch wissen, welche Schnittblume macht den größten Marktanteil in Deutschland aus? Ich wiederhole die Frage einmal. Ich würde euch gerne natürlich absprechen. Untereinander. Das ist für mich alles gleich. Unwahrscheinlich. Machen wir nicht. 50, 50 ist es. Welche Schnittblume macht den größten Marktanteil in Deutschland aus? Nee. Nee. Wollt ihr vielleicht noch nicht? Ach komm, traut euch doch mal. Nö. Danke. Keiner traut sich. Okay, dann ist die Frage mir klärt hier. Vorbei. Habt ihr denn Schätzung? Das gilt natürlich jetzt für keine Punkte, aber ihr habt euch natürlich ein bisschen was gebracht. Wie sah es bei euch aus? Wo wärt ihr da hingegangen? Ich hätte Tulpen gesagt, aber Sorgen wäre die einzige Blume, die ich kenne. Die einzige Blume, was hättet ihr gesagt? Rose oder Tulpe? Ich habe ja immer, also ich bin große Schnittblumenfreundin, sage ich euch wie es ist. Und ich habe natürlich mehr Tulpen auf meiner Liste jemals gekauft als Rosen. Deswegen dachte ich eher Tulpe, aber ... Aber, anekdotal evidence, alle anderen haben Rosen gekauft. Und das wäre die richtige Antwort gewesen. Die beliebteste mit dem größten Marktanteil in Deutschland sind die Rosen. Hm. Äh, ja, damit keine Punkte bei den Teams. Ähm, Team Game hat er ausgesucht. Deshalb geht das Fragericht rüber zu Team Show. Und zu dir. Dann würde ich sagen, wir müssen eigentlich diese Computerspiel-Dinger wegkriegen, ne? Wegkriegen, ja. Nein, muss doch nicht. Hau mal rein. Vielleicht wissen wir ja auch was. Wir machen Computerspiele 300. Ja. Oh, das wird so unangenehm. Computerspiele für 300. Ihr habt ein Bilderrätsel getroffen. Gut. Ihr dürft gleich aufschreiben. Ihr werdet gleich die Footage von einem verfremden Videospiel sehen. Und ihr sollt aufschreiben, um welches Videospiel es sich handelt. Besser gesagt, das ist ein Indie-Game. Nämlich werde ich einmal kurz hier, damit ihr auch voll das Bild sehen könnt. Das ist ja wirklich schön. Ich habe tatsächlich eine große Expertise. Okay. Wie war der Song von Sebastian und Markus? Ja, das Bild ist verfremdet, aber nicht der Ton. Wenn ihr meint zu wissen, um welches Videogame, welches Indie-Game es sich handelt, schreibt den Namen bitte auf und wir lassen das jetzt laufen. Ach. Das weiß ich. Der Ton ist verfremdet? Nee, ich bin nicht. Ach so. Nur das Bild. Ist er nicht? Indie-Game? Ich schreib mal meine Idee auf. Okay. Ja. Ich weiß das. Ich weiß das. Oh. Was? Ich weiß das. Ah, okay. Ist das ein Indie-Spiel? Ja. Indie, Indie, yeah, Indie, yeah. Ich glaube, ich weiß das. Habt ihr beide aufgeschrieben? Ja. Beide? Ah, beide Teams meine ich. Ja, beide Teams. Zwei Spiele gemorbt nochmal. Habt ihr vier da aufgeschrieben? Wäre besser der Satz gewesen. Dann schauen wir erstmal bei Team Show mal vorbei. Johanna hat komplett eigenständig Among Us. Das ist Among Us. Among Us wurde aufgeschrieben. Wie sieht's bei Team Game aus? Das haben wir auch. Das haben wir auch. Among Us. Sehr gut. Uh. Und das ist korrekt. Ah, wir können auch gerne mal die unverfremdete Footage dann sehen. Ist natürlich dann ein bisschen weniger von den Sounds, die man hören kann, aber die Soundeffekte sollten erkennbar sein. Ich glaube, der allgemeine Flow, wie dieses Spiel funktioniert mit den kleinen Figürchen. Ja. Und wir haben am Ende ja nochmal einen kleinen Ausschnitt aus der Fragerunde gesehen, wo es dann um das Vermitteln des Impostors dann geht. Ja. Große Among Us Fans hier oder ist das dann, für mich ist das zu stressig, muss ich zugeben. Ach, ich hab das geliebt. Wir hatten da schon viel Spaß damit. Ja. Ja. Ich hab das, das ist das einzige Spiel, was ich jemals, glaube ich, mit so dann doch gespielt hab. Mhm. Als Koronzi war und so. Mhm. Cool. Sehr gut. Das hat euch allen Punkte aufs Konto gebracht, nämlich DERA 300 auf beiden Teams. So. Bevor wir zur nächsten gehen, decke ich einmal wieder die Fragentapel ab. Finde ich gut, dass du das noch selber machst, Gregor. Aber ihr habt beide Punkte jeweils bekommen, ähm, Team Show hatte die Frage sich ausgesucht, Fragerecht geht wieder rüber zu Team Game. Bist du fein, wenn wir nochmal Filme machen? Ja. Ähm, Kinofilme 600. Ui. Kinofilme für 600 Punkte. Hände dem die Buzzer. Ich möchte für 600 Punkte von euch wissen, welches innere Organ von E.T. leuchtet, wenn der Außerirdische aufgeregt ist? Jesus. Ich wiederhole die Frage. Welches innere Organ von E.T. im Extraterrestrial leuchtet, wenn der Außerirdische aufgeregt ist? Jetzt war ich zu jung. Das ist schon noch wahrscheinlich 35 Jahre. Ich habe nicht gesehen den Film. Man hat E.T. richtig gruselig. Ich auch. Mag den gar nicht. Ich wusste doch nicht, dass da irgendwas leuchtet. Ich weiß was anderes, was leuchtet, aber das, also. Ach so, ja, das weiß ich auch. Ja, ja, aber das hat ja nichts mit aufgeregt zu tun. Ich wiederhole nochmal die Frage und dann habt ihr eine letzte Chance zu antworten. Welches innere Organ von E.T. leuchtet, wenn der Außerirdische aufgeregt ist? Dickdarm. 5, 4, 3, 2, 1 und? Sag jetzt nicht Herz oder sowas. Aber ich sag Herz. Ja, das wäre auch mein erster Herz gewesen. Nee. Das Herz wäre es gewesen. Ich weiß nicht, warum er da wie Michael Jackson angezogen ist. Ich weiß, zum Telefonieren leuchtet sein Finger, macht der Dino, aber der inneres Organ, klar, deswegen wurde es so gestellt. Das war nochmal zur Präzisierung des inneren Organ gemeint, weil der Finger leuchtet natürlich auch, aber der Finger ist kein inneres Organ. Ich habe es nachgecheckt. Vielleicht ist es ja so. Oh Gott. Also 600 Punkte, keiner hat gern antwortet, aber auch kein Abzug. Team Game hat ja die Frage ausgesucht, dann rüber zu Team Show für die nächste. Johanna. Körper und Geist. Ich mache mal. Ja, ja, mach ruhig. Machen wir 600. Okay. Wir holen uns ein paar Punkte ab. Na klar. Spielen so offensichtlich komplett. Let's go. Nee, das ist komplett richtig. Den Taui heben wir uns auf, machen wir schön zwei Taui draus nachher. Körper und Geist für 600 Punkte. Dann Hände neben die Buzzer, ich möchte von euch wissen. 600 Punkte Körper und Geist. Wie heißt auf Deutsch der kleinste Knochen im menschlichen Körper? Wiederhole die Frage. Ich weiß, wo der ist und ich weiß nicht, was es ist. Ja, aber wie heißt auf Deutsch der kleinste Knochen im menschlichen Körper? Ich habe eine kleine Idee, aber ich hätte keine Idee, wie das heißen würde tatsächlich. 600 Punkte, erste Runde. Ich gebe euch noch einmal die Frage vorgelesen und dann noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich aber gerne eine Antwort haben, wenn ihr euch traut. Wie heißt auf Deutsch der kleinste Knochen im menschlichen Körper? Okay. 5, 4, 3, Johanna. Andreas hat es aber auch gewusst, es ist auf jeden Fall im Innenohr und es ist Hammerambus oder Steigbügel, aber wir gehen auf Steigbügel. Ihr sagt Steigbügel und das ist absolut richtig. Yes, wow, stark, 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 stark. Da sehen wir eine Abbildung verglichen mit einer 10-Euro-Münze, nein, 10-Cent-Münze, also sehr klein. Aber wirklich sehr gute Herführung und ihr habt euch was getraut. Wie viel wart ihr sicher mit dem Steigbügel? Eins zu drei. Die anderen beiden hängen da zusammen, klopfen, die hängen so ganz eng zusammen und da, cool. Aber Steigbügel, allein, dass du das wusstest, hat mich bestärkt, dass wir dann... Klein wir es. Gut, gut. Sogar der kleinste. Krass, damit habt ihr euch 600 Punkte auf euer Konto verdient. Richtig gut. Das witzige ist, wir hatten bei Endgegner allgemeinwissen den größten Knochen, dem Oberschenkelknochen. Jetzt war ich gerade so Oberschenkelknochen. Nee, Moment, kleiner, kleinster. Lustigerweise sind beide miteinander verbunden. Das stimmt. Nein, das stimmt, das ist richtig. Team Show hatte gerade ausgesucht, wenn ich mich nicht irre. Deshalb geht das Fragerecht zu Team Game weiter. Wir haben noch eine Handvoll Fragen in der ersten Runde. Kinofilme für 300? Kinofilme für 300. Kinofilme für 300 Punkte. Eine Schätzfrage haben wir erwischt. Also will ich eine Zahl bitte von euch wissen. Ach, schon. Wer richtig liegt, bekommt natürlich die Punkte. Also auch beide Teams. Ansonsten gilt, wer am nächsten dran ist an der Zahl. Seid ihr beide genau gleich dran mit einer mehr und einer. Sonst kriegen ja auch jeweils beide die Punkte, nur um es nochmal zu präzisieren. Ich möchte von euch wissen, wie viele Oscars gewann Der Hobbit eine unerwartete Reise aus dem Jahr 2012? Hoffentlich wenige. Ich habe eine Zahl im Kopf. Genau die habe ich auch. Genau die hatte ich genau dieselbe Zahl im Kopf. Das hätte ich auch gesagt. Das oder das. Ich weiß auch, welche du als zweites hattest. Ich glaube, es stimmt schon. Ja. Hä? Das ist nicht dein Ernst? Die oder die hatte ich im Kopf. Ja. Die richtige Antwort ist die Summe. Oder es sind halt ... Die Kategorien. Oder es ist halt so was. Nee. Der gibt's auf jeden Fall. Die haben schon 20, 30 Kategorien. Alle? 2012. Gut, dann notiert jetzt bitte mal eine Zahl. Ich glaube, Team Show hat schon. Ja, ich muss noch eine Zahl wegmachen. Sonst denkst du, es sind ... Ist es dreistellig bei euch? Ach, du grüne Neuner. Okay, jetzt haben beide Teams jeweils eine Zahl. Keine Ahnung. Dann möchte ich einmal von Team Game bitte die Antwort sehen. Wir haben vier aufgeschrieben. Eine Vier. Dann Team Show, bitte. Wir trauen denen ein bisschen mehr zu. Wir haben G. Nee, das glaube ich nicht. Ach so. Ach so, ja. Also irgendwo steht dann Kollege Schröckhardt auf und springt dem Quadrat. Wenn's immer um Oscar-Anzahlfragen dann geht. Tatsächlich, der Film, Der Hobbit, eine unerwartete Reise, hat exakt null. Oscars. Nein, was? Yes. Na, okay. Ach, es gibt auch Scherzfragen hier. Ja, gut, das sind nicht die Herr der Ringe-Filme. Keine Scherzfragen. Es ist aber die Herr der Ringe-Filme traditionell mit sehr vielen Oscars ausgestattet. Ach so. Weil das hat sich nämlich im Langer-Kopf. Die Herr der Ringe haben damals richtig abgeräumt. Ja, aber so Maske oder Effekte oder Soundtrack. Irgendwas hätte er doch gewinnen müssen. Ja, das dachte ich auch. Irgendwann für die Schnitzel. Farbfilter, irgendwas. Hobbit-Füße. Bester Hobbit-Film, sowas halt. Bester Hobbit-Fuß. Also null schockiert mich jetzt doch so schlecht. Das ist ja auch nicht. Ja, wenn man bedenkt, wie qualitativ die nachfolgenden Hobbit-Filme waren, hätte ich dem eher, glaube ich, was persönlich gegeben, aus persönlicher Ansicht. Das bedeutet aber, ihr wart näher dran mit eurer Zahl Team Game. Deshalb die Punkte auf euer Konto. Richtig stark. Ich dachte, das geht um das normalen Träder. Aber hier ist es fast noch. Team Game, meine ich, hat gerade ausgesucht. Ja. Deshalb war gerecht zu Team Show. Müssen wir mal Computerspiele entschärfen? Ja, wir müssen mal Computerspiele. 600 mal schön machen. Müssen wir mal weg entschärfen. Naja. Computerspiele für 600? Ja. Dann gehen wir zu Computerspielen für 600 Punkte. Hände liegen wie Buzzer. Ich möchte von euch wissen. Für 600 Punkte Computerspiele. Wie lautet der Name der Ingame-Währung in den Sims-Spielen? Sarah? Simuleon. Sarah sagt Simuleon. Und das ist Correctoleon. Das stimmt. Hast du auch gewusst? Hätte ich auch gewusst, tatsächlich. Die guten Simulierums kommen natürlich auch in den aktuellen SimCity-Spielen. Ich weiß nicht, ob es auch bei den ganz allerersten war. Aber es ist natürlich eine übergreifende Währung mit dem entsprechenden Zeichen. Mit diesem Paragrafenzeichen? Ja. Ah, es ist günstiger als ein neues zu machen, anscheinend. Vielleicht wird Geld dann auch gleich mit Gesetz gesetzt. Hättet ihr eine Ahnung gehabt? Nie gespielt, wirklich. Nee. Ist alles irgendwie vorbeigegangen. Simschen oder so was, hätte ich vielleicht so gedacht. Sims was? Wir hatten mal die Sprache beim Kneipen. Simlisch? Ja, stimmt. Das hätt ich tatsächlich noch gewusst. Da gab's ja auch noch so schön Katy Perry, glaube ich, ihre Songs sind simlig eingesungen. Ich hab's auch jetzt erst für die Arbeit gespielt vor einem halben Jahr oder so. Ich hab's nie früher selber privat irgendwie gespielt. War nicht meins. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich die Fragen nicht aussuchen musste, weil ich hätt's auch nicht gewusst. Danke an Christuell für den Support hier. Punkte bei Team Game. Damit haben wir 1400 Punkte. Dann Team Show hat er rausgesucht. Team Game sucht sich die nächste aus. Mach du ruhig mal. Wollen wir doch auch mal noch mal Essen und Trinken für 600 wegnehmen. Essen und Trinken für 600 Punkte. Lieber jetzt. Hände neben die Buzzer. Für 600 Punkte möchte ich von euch wissen. Essen und Trinken. In welchem Land wurde das Erfrischungsgetränk Fanta entwickelt? Klingt mal richtig. Ja? Für 600 und so. Es wird geflüstert. Fantasialand. Es wird ausgetauscht. In welchem Land wurde das Erfrischungsgetränk Fanta entwickelt? Oder geht's da um die herkömmliche Orangenlimonade? Wir haben schon abgeschlossen. Wir haben schon abgehakt, die Frage. Wir sind schon wo ganz voran. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und vorbei ist es. Ja, es ist natürlich, wenn schon Fanta in der Frage drinsteht, ist Fanta auch gemeint. Und nicht, glaube ich, allgemein Orangenlimonade, sondern speziell die Fanta auch. Irgendeine Idee? Oder wenn ihr ohne Risiko hättet raten müssen? USA und Andreas hat Italien gesagt. Italien? USA ist super naheliegend, aber es stimmt bestimmt nicht. Aber vielleicht ist das ja wieder der Umkehrschluss, weil es ja die heilige Dreifaltigkeit ist. Cola, Fanta, Sprite, bla 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 bla. Warum so weit in die Ferne schauen, wenn auch Deutschland die Antwort sein könnte? Oh. Wirklich? Mhm. Konkret, Fanta wurde in Deutschland entwickelt. Ich glaube, bisher waren aber auch so große Fanta-Trinker wahrscheinlich noch ganz früher. Alle? Ja. Jetzt ein bisschen weniger, schätze ich. Aber wobei, ich kenne die Marktanteile nicht. Vielleicht ist es ja umso beliebter, nur weil ich es nicht mehr so viel trinke. Ach. Ich konnte es irgendwann nicht mehr trinken. Ich war so Bambucha danach immer. Da hast du Jahre drauf gesessen. Ja. Ja, genau. Ich glaube, seit es Spezi als eigenes Getränk gibt, sind die Fanta-Marktanteile vielleicht. Ich trinke es immer noch sehr oft. So? Ja. Weil ich Patriot bin. Damit kein Punktabzug. Aber es wäre auch schwierig geworden. 600 Punkte ist ja durchaus auch mal eine knifflige Frage. Dann eine haben wir noch, Regie. Jo. Das ist, das reicht für mich. Dementsprechend ausgesucht hatte Team. Wir haben. Game hat er ausgesucht. Dann darf sich ein letztes Mal in dieser Runde noch Team schon eine Frage aussuchen. Johanna, was machen wir? Nochmal so ein kleines Ding. Computerspiele 200. Ja. Computerspiele 200. Warum haben wir uns noch? Computerspiele für 200 Punkte. Hände neben die Buzzer. Für 200 Punkte möchte ich von euch wissen. Da ist noch zu wenig weg, ja. Wie heißt das Spiel, das es unter anderem für das Nokia 5110 gab, bei dem man eine Schlange ist? Ah! Fabian? Snake. Bei dem man eine Schlange ist, die so lang wie möglich wachsen soll. Snake ist korrekt. Oh. Richtig. Schon bei Nokia. Natürlich, das hat man auf Handy sehr gefühlt. Ich glaube, dass eine Schlange noch in der Frage auftaucht. Mit einem langen Wurm, der... Ja, geil. Die Schlange wird natürlich dann immer umso länger. Ich glaube, so Varianten von dem Spiel habe ich auch schon, Gott, in den frühen 80ern gespielt. Lang ist es her. Gut. Genug zu deinem Jugendzimmer. Lang, lang ist es her. Vorm Schwarz-Weiß-Fernseher, ne? So wie sich das gehört. Ich weiß nicht, ob auf den Handys heutzutage Quiz-Duell laufen würde. Aber zumindest Snake können wir noch spielen. Punkte auf das Konto von Team Game. Die damit 200 dazu bekommen und wir einen Zwischenstand erreicht haben nach dem Ende der Runde 1. Team Game mit 1600 Punkten. Team Show mit 1300 Punkten. Alles noch sehr ausgeglichen. Wir werden gleich sehen, wie es weitergeht in Runde 2. Aber erst nach einer kurzen Pause. Ciao machen Sie. Ciao. 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 Und wir sind wieder zurück aus der kleinen Pause. Es geht gleich weiter mit Runde 2. Vorher noch ein großer Dank an unseren Partner Mac Interactive. Wie gesagt, wir feiern ja gemeinsam 10 Jahre der Quiz-Duell-App. Und in den 10 Jahren gab es einige schöne Statistiken, die aufgekommen sind. Unter anderem die App selber ist eben seit 2013 in Deutschland hier, wurde hier eingeführt. Hat schnell die App-Charts erobert. Viele neue Modi sind hinzugekommen. Solo-Abenteuer, Fragen, Feuer und Sternenjagd. Und seit dem Start, es gab über 100 Millionen Downloads, als auch 47 Millionen deutschsprachige Accounts. Fast so viele Zuschauer wie Rocket Beans. Krass. Ich war eine davon. Seid ihr dann mit der Quiz-Duell-App gut vertraut? Ich weiß ja, ihr habt hier viel gespielt. Das war auch bei uns immer in der Uni. Das war, als ich studiert habe, haben alle immer da nebenbei sich. Man konnte sich aber schnell connecten und dann hat man einfach schnell durchgequizzt. Stimmt. War bei mir auch so. Also wer auf den Geschmack gekommen ist, checkt das gerne aus. Wie gesagt, kostenlos im Apple App Store und Google Play für Androids zum Runterladen. Dann lasst uns aber mit Runde 2 starten. Und wie wir es haben für Runde 2, wir verdoppeln erstmal die restlichen Punktewerte. Was 100 war, ist 200, was 1.000 war, ist 2.000. Wie ihr potenziell gemerkt habt, eine der Fragen, ich hatte mich ja verlesen in der ersten Runde. Im Sinne der Fairness haben wir jetzt Körper und Geist. Das war die, die da nochmal falsch gewesen wäre. Ausgegaucht, dass die hier nicht mehr drankommt. Die Teams werden jetzt die restlichen zwölf Fragen ausspielen können. So kommen wir nicht durcheinander. Und ich werde nochmal extra versuchen, nicht in der Kategorie runterzurutschen jetzt. Nichtsdestotrotz bisher eine sehr ausgeglichene Runde. Also ihr habt euch auch mehr im mittleren Punktebereich dann bewegt bei den Fragen. Wir haben ja so viele mit wenig als auch sehr vielen Punkten gleich über. Wie ist so das Gefühl gerade Team Game? Kann alles passieren. Ich spekuliere jetzt ein bisschen auf Computerspiele 2000 gleich. Und hoffen, dass die nicht da drüben abgeräumt werden. Da spekulieren wir natürlich drauf. Ja, ich spekuliere ein bisschen mehr auf draußen im Grünen, weil da haben uns alle gerade nicht so richtig herangetraut. Und vielleicht habe ich ja nochmal eine helle Stunde. Vielleicht. Ich war viel im Garten früher. Der Begriff Nerd ist eh sehr aufgeweicht gegenüber dem, wie die Klischees in früheren Zeiten gewesen sind. Nerd ist jemand, der sich in seinen Bereichen sehr gut auskennt. Und für mein Empfinden gibt es nichts Größeres als Fußball-Nerds. Die alles wissen über ihr. Und dementsprechend glaube ich, haben wir auch ein sehr gutes Grundwissen bei euch allen. Die letzte Frage in der letzten Runde hatte gestellt, das müsste Team Show gewesen sein. Dementsprechend fragerecht geht jetzt an Team Game. Ja, machen wir, oder? Ja, machen wir wohl. Computerspiele 2000. Computerspiele für 2000 Punkte. Hände neben die Buzzer. Für 2000 Punkte möchte ich von euch wissen, Computerspiele. Wie lautet der Markenname des Produkts, welches mit dem kostenlosen Computerspiel Moorhuhn aus dem Jahr 1997 beworben wurde? Fabian sagt Jägermeister. Das ist irgend sowas. Ich dachte, das wäre auch irgendwie zufrieden. Fabian sagt Jägermeister. Irgend sowas sagst du bei 2000 so, ja, roundabout irgendwas. So Jägermeister. Verdammt, ihr drückt gleich, weil es ist nicht so schwer. Ich glaube, es ist Jägermeister. Ja, aber leider ist Jägermeister falsch. Nein! Jägermeister, das stimmt nicht. Das tut mir leid für euch. Abstauben gibt es nicht hier im Nerdquist. Dementsprechend, aber dürft ihr zumindest raten, wer hat ihr auf irgendwas gekommen? Ich hab's nicht vor Augen, nee. Moorhuhn kenn ich, weiß nicht, wie das aussieht. Aber ich wusste nicht, dass da irgendwas mit Alkohol oder Zigaretten oder so im Kopf Zigaretten. Das ist auf jeden Fall ein hochprozentiges Alkohol. Das ist auch lange nicht her. Es ist ein hochprozentiges Getränk. Ich hab ja explizit nach dem Markennamen gefragt und nicht nur die Gattung des Getränks. Deshalb, wir machen das Auflösungsfoto mal. Und dann könnt ihr sehen, das war nämlich damals der Startbücher. Johnny Walker wurde damit beworben. Ist Whisky, oder? Das ist aber eine weirde Werbung irgendwie. Aber halber Punkt, würde ich sagen. Wegen dem Jod. Wir ziehen zumindest nichts ab. Wir ziehen 2000 Punkte ab von eurem gemeinsamen Kontroleiter-Team-Games. Ey, das ist noch alles drin. Das sieht ein bisschen doof aus gerade, aber wir können es noch schaffen, Warwick. Jetzt nicht den Biss verlieren. Fragerecht geht weiter rüber an Team Show, für sich nächste Kategorie aussuchen. Wollen wir mal rausgehen ein bisschen? Ja, ich muss mal durchlaufen. Soll ich noch mal kurz frische Luft schnappen? Für draußen 400? 1200. 1200, okay. 4200 Punkte, Hände neben die Buzzer, möchte ich von euch wissen. Welche Art von Tier hinterlässt als einzige Kot in Würfelform? Oh, ich weiß es. Ich weiß es auch. Sarah. Quokas? Nee. Sarah sagt Quokas. Das ist leider falsch. Was? Das hatten wir beim Kneipen-Quiz. Ach so, wir können nicht abstochen. Das ist irgendwas Faultier-mäßiges. Jetzt wird es doof. Das ist ein langes Tier, was ganz viel Zeit hat und deswegen würfelförmige, kleine Häuflein macht. Faultier, irgend sowas. Also ich kann euch schon mal sagen, es liegt an der Form des Darms, weswegen diese Würfel dann so entstehen. Und das einzige Tier, das es tatsächlich macht, sind die Wombats. Scheiße, das war der andere Name. So was. Eins mit dem. Eins mit dem. Ich wusste das. Okay, krass. Nein. So sehen sie aus. In den besten gemeinfreien Bildern, die man bekommen kann. Na, wenn der mal im Unterzumas Rache kriegt. Was ist der Unterschied, wenn Wombats und Quokas sind das nicht die gleichen Tiere? Sind das nicht wirklich? Nee, das Quokas sind in Australien, diese kleinen Dinger. Wombats hingegen sind in Südostasien. Kann das nochmal jemand fact-chicken? Kann die halt sehr gut an ihrem Code unterscheiden. Sei ein guter Kandidat. Krass. Ich muss leider die Punkte abziehen. Boah, ich wusste. Von Team Game. Fast. Minus 1600 sind wir jetzt angekommen. Team Show, hat er die Frage gewählt? Fragerecht geht wieder rüber zu Team Game. Das tut mir leid. Das macht nichts. Wir müssen ein paar 2000er jetzt mal beantworten. Haut mal raus. Ist dann noch irgendeine Rubrik für uns dabei? Kinofilme, oder? Warum haben wir das denn jetzt wieder verhauen, ey? Habt ihr doch noch gar nichts. Ist so. Es sind noch sehr viele Punkte auf dem Tableau, muss man sagen. Los, damit euch eure Kinofilme da ein. Kinofilme 2000. Boah, das war so ein Fakt, den ich schon mal gehört hatte. Respekt, ich hab's noch nie gehört. Ich hab nur Wombats und Quokas verhauen. Ich wusste, dass es eins von diesen braunen, grinsenden, kleinen Tieren ist. Viereckig scheißen sind Tierrechte, die ich verwechselt hab. Kinofilme für 2000 genommen. Deshalb Hände neben die Buzzer für 2000 Punkte. Habt ihr? Habt ihr. Ich war noch völlig in meiner Rage. Macht nix, ich gewinne das. Für 2000 Punkte Kinofilme möchte ich von euch wissen, wer malte im echten Leben das Nacktporträt von Kate Winslet, welches im Filmklassiker Titanic von Leonardo DiCaprios Charakter gezeichnet wurde? Also im Film war's der Charakter von Leo DiCaprio. Aber wer malte im echten Leben das Nacktporträt von Kate Winslet, welches im Filmklassiker Titanic von Leonardo DiCaprios Charakter gezeichnet wurde? Ein Promi? Ich werde keinerlei, keinerlei geben. Ich lese nur Fragen. Das könnte doch jeder sein. Ein Max aus der 5C. Ist das eine Idee? Ist das, nee. Nee, nee, komm. Nee. Entweder der Gag muss ja sein, es ist ein sehr bekanntes. Ja, ja. Aber da gibt's immer noch 10.000. Oder es war irgendein Rando. Oh, spannend. Es ist auch eine 2000er-Punkte-Frage. Ja. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich sehe nichts zugs hervor an Händen. Es geht nicht an die Buzzer. Damit vorbei ist es. Selbst ist der Mann, hat sich Regisseur James Cameron gedacht. Oh Gott. Und hat gesagt, wie sieht so ein französisches Mädchen aus? So, laut James Cameron wäre es gewesen. Also der Regisseur, der auch selber ja früher Setbauer gewesen ist und auch sehr viel künstlerisch begabt ist. Regietechnisch noch ein bisschen mehr. Das hätte euch 2000 Punkte gegeben. Ist ein schönes Easter Egg, finde ich schön. Ja. Cool. Damit keine Punkte, aber auch kein Abzug. Team Game hat er die Frage gewählt. Es geht rüber zu Team Show. Nehmen wir den nächsten großen Fisch? Nee, wir brauchen mal was Kleines. Wir sind jetzt alle so auf schwer gepolt. Jetzt muss mal wieder Snake kommen. Wir machen draußen 200. Komm, ja. Hände neben die Buzzer. Ich möchte von euch wissen für 200 Punkte. Scheiße. Was für eine Art von Tier ist ein Arovaner? Sarah? Ein Fisch. Animal Crossing for the win. Das ist eine Computerspielfrage. Wirklich? Sarah sagt, ein Fisch. Das ist korrekt. Stark. Ja gut, nur weil in Computerspielen auch richtige Tiere drin vorkommen. Oh. Arovaner sind auch beliebte Zierfische natürlich, also können etliche Leute auch in ihren Aquarien dann daheim haben. Capybaras sind keine guten Fische, würde ich sagen. Das Quokka war bestimmt auch aus Sue Tycoon. 200 Punkte auf das Konto von Team Game. Ja, das braucht ihr. Jetzt sind wir wieder dran. Suchen wir mal aus. Warum war die für 200 und der Wombe? Das stimmt. Ach, wir suchen auch. Nee. Mach du ruhig mal. Komm, wir spielen draußen 400. Okay. Es ist eine Schreibfrage. Schön. Ihr seht gleich ein Bild und ich möchte von euch wissen, was für eine Art von Tier hat dieses Ei gelegt? Welche Art von Tier hat diese Art von Eier gelegt? Was? Wie bitte? Schaut euch das gerne genau an. Was ist das? Sieht ein bisschen aus, wie so ein Teil, was übrig bleibt, wenn ich so einen Ikea-Schrank zusammengebaut habe. Das war ein Kallax. Das ist eins von den beiden Tieren. Du kannst das gerne entscheiden. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte nicht mehr erkannt, dass es ein Ei sein soll. Nee. Für mich ist das eins von den beiden. Gehen wir damit? Du hast gerade einen Lauf. Du wirst es richtig beantworten. Ei heißt Säugetier. Äh, nicht Säugetier. Ei heißt Schale. Instagram denkt im Moment, dass ich in so einer ganz komischen Bubble bin. Wie viele Punkte waren das? 400. 400 waren das. Da finde ich es ganz schön schwer für das Untere. Deswegen würde ich auch mit dem gehen, was du jetzt machst. Hätte ich auch gesagt. Das liegt das ja nahe. Oh, das ist wirklich schwierig. Aber es gibt ja auch keinen Abzug. Das wird so groß sein. Naja, aber der Arovaner war auch ... Achso schon, es gibt ja keinen Abzug, ist er noch besser. Die legen wohl schön. Aber wir wollen es ja gewinnen. Und ich ärgere mich sehr, wenn es das andere ist. Bei der 5. Meine Ex hat nicht so etwas. Weiß ich nicht, Leute. Wie nennt man denn die? Willst du nur die Oberart? Ober-Category? Ja. Ihr seid, glaube ich, auch auf einer ähnlichen ... Nee. Nee, wir sind ganz weit weg. Das hoffe ich für dich nicht. Dann bitte ich euch jetzt mal aufzuschreiben. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht. Dann schreibe es anders auf. Das kann nicht sein. Dann schreibe es anders auf. Das kann nicht sein. Was? Ich sehe ja ... Ich mache ja Metagaming. Ich sehe ja den Hintergrund. Das ist doch kein Mikroskop. Ist das mikroskopisch? Das Frottier ist es nicht. Okay, dann sag mir ... Was ist denn da der Oberbegriff? Nee, das ... Nee, safe. Da weiß ich, dass die anderen Ehr legen. Wirklich? Okay, nee, da kommt. Okay, nein, dann ... Jetzt wach mal hin da drüben. Ich bin zwar kulant, aber wir dürfen gerne jetzt mal notieren. Warte mal, wie heißen die, ähm ... Quokas. Okay. Das finde ich gut, aber keine Ahnung. Beide Teams haben was notiert. Team Game, zeigt uns bitte mal die Antwort. Hi hat Team Game geschrieben. Okay. Hi und ... Kakerlake. Kakerlake. Krass. Ein Team liegt richtig. Dann haben wir ... Ja. Es sind die Eier vom Hai. Ja. Krass. Noch nie gesehen. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja komplett ekelhaft. Krass. Und das ist nämlich nicht so klein. Das ist kein Mikroskop, das ist ein Handtuch, auf das das liegt. Das ist ein Handtuch, auf dem es drauf liegt. Ein casual Handtuch. Wie Jackie Chan schon besungen hat, Eier vom Hai. Kennen auch nur Spezialisten dann. Was sagt er dann? Ich glaube, er sagt Hai ab und Hai. Aber ich habe immer Eier vom Hai gehört. Jetzt wissen wir warum. Krass. Eier vom Hai in dieser speziellen Form. Ich müsste mal genau checken, warum sie auch diese Spiralform haben, um sich dann eher einzugraben und dann sie entsprechend dann schliffen können. Sarah, wusstest du das? Bei dir kamen die Glühbirne. Ich war zwischen Hai oder Rochen. Und ich sage mal so, mein Algorithmus bei Social Media ist gerade vielleicht irgendwo komisch abgebogen. Offenbar alles unter Wasser. Ich habe in letzter Zeit so Schlangen und Hai-Eier. Hai-Eier. Aber auch süße Hunde. Das eine bringt einem manchmal was bei Quizze. Das bringt euch erst mal 400 Punkte auf euer Konto. Und damit jetzt gerade noch auf Minus. 1.000 ausgesucht hatte Team Show. Ja. Dann zu Team Game rüber. Darf ich nicht? Oder? Bin gerade nicht sicher. Hattet ihr gerade ausgesucht? Ihr hattet ausgesucht. Ja doch, ich hatte ... Ah, du hattest ausgesucht. Okay. Dann zu Team Show, bitte. Wir brauchen jetzt mal ein paar Pünktchen. Pünktchen. Körper und Geist 2000 machen. Ja. Das ist uns ja eigentlich ... Das ist ja eigentlich so. Da seht ihr euch. Da sehen wir uns. Ich weiß immer noch nicht, was die Kategorie eigentlich beschreibt, um ehrlich zu sein. Körper und Geister, natürlich. Ist doch klar. Körper und Geist. Für 2.000 Punkte. Hände neben die Buzzer. Möchte ich von euch bitte wissen. 2.000 Punkte. Welche Farbe ist die erste, die Babys sehen können? Für 2.000 Punkte. Braucht mich nicht angucken. Guckt in euer Hirn. Denkt darüber nach. Was sehen denn Babys? Wir waren alle mal eins. Die sehen gar nichts. Meistens. Blind. Boah. Woher will man das denn wissen? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Wiederhole die Frage. Welche Farbe ist die erste, die Babys sehen können? Ich überlege, ob es einen logischen Zusammenhang hat. Ich hätte eine logische Erleitung, aber vielleicht ist die auch nur für mich logisch. Deswegen möchte ich sie bei Uncam nicht äußern. Erzählst du mir später. Es ist Quatsches zu machen, aber es wäre natürlich ein Glanz. Es wäre ein Glanz-Moment. Es wäre ein Glanz-Moment, aber es könnte auch der, ah, da ist die Folge gekippt-Moment sein für uns wieder. Da wollten wir zu viel. Lest noch einmal vor und dann kommt der Countdown. Welche Farbe ist die erste, die Babys sehen können? 5, 4, 3, 2 und 1. Das war's. Ihr wolltet herleiten. Also jetzt ist es vorbei. Wo hättet ihr hingeleitet? Ja, wir wären in Richtung Rot gegangen, weil wir so dachten, die müssten ja irgendwie die, so Nippel vielleicht ganz gut erkennen, so Überlebensinstinkte. Die haben ja alle immer blaue Augen, aber... Du warst erst bei Blau? Bei Blau und Rot hätten wir wahrscheinlich gesagt. Wie wär's bei euch? Wäre meine Argumentation auch gewesen. Ja, ich weiß nicht, ob die Argumentation stimmt, aber die Antwort hätte gestimmt. Rot. Es wäre rot gewesen. Zum Glück haben wir noch mal diese Animals vor. Ich hab's noch mal ein bisschen verdeutlicht jetzt hier. Ist das E.T.? Das ist toll. Das ist ein Schaubild, nicht so existent. Ah, ja gut. Ja, na ja. Aber wir lernen was, das ist gut. Ja, das stimmt. Ärgerlich, ne? Gut. Ja. Das ist ja auch der zweite Effekt eines solchen Quizzes. Wenn man's nicht weiß, weiß man's allerspätestens dann danach. Ach, so, weil ich immer durcheinanderkomme, jetzt gewählt gerade. Team Gaming. Deshalb Team Game. Äh, Computerspiele 200. Computerspiele für 200 Punkte. Hände neben die Baza. Für 200 Punkte möchte ich von euch wissen. In welcher Stadt fand bis dato immer die Gamescom-Messe? Fabian? Köln. Die Gamescom-Messe statt. Köln ist richtig. Bis dato? Es kann ja sein, dass die demnächst irgendwo mal anderswo irgendwo ist, aber bisher waren sie alle in Köln die Gamescom. Das können wir nicht. Ihr habt die schönsten Fotos drauf. Schönes Fotos. Da unter anderem Moderatoren beim Krautsurfen. FIFA 14. Ja, das heißt Krautsurfing auch, weil es in Deutschland stattfindet. Da Krautsurfing. Logischerweise. Ja, Köln ist richtig. Und ja auch alle vor ein paar Wochen ist wieder zurückgekehrt, wo wir das aufzeichnen. Dementsprechend sollte das noch bei uns allen präsent sein. Punkte auf das Konto von Team Game. Yay. Minus 800 Punkte. Es ist gut, dass sich das falsch anfühlt. Das verstehe ich. Das ist gut. Du warst auch nicht. Zu leicht. Ich weiß. Wir hätten Rot machen. Ich dachte bis dato, im Sinne von davor. Ich war auch so verkopft, dass ich Angst hatte wegen der Gamesconvention, dass es irgendwas ist mit wo am öftesten, was aber auch nicht stimmt, glaube ich, mittlerweile. Bei 200 Punkten in der zweiten Runde wird es relativ easy sein. Das stimmt. Außerdem ist ja auch, QuizDuel stellt ja Fragen für alle. Und nur weil wir das natürlich easy peasy wissen, heißt ja nicht, dass alle Menschen das wissen. Das stimmt. QuizDuel ist natürlich auch ein bisschen anders aufgebaut. Durch die Multiple-Choice-Fragen hat man ja auch eine Möglichkeit, die Schwierigkeit der Frage nochmal anzupassen. Da gibt es auch ein paar interessante Statistiken, die ich mir anschauen konnte. Also wie die Fragen mit welchen Antworten beantwortet werden konnten. Unabhängig davon, Fragerecht geht dann wieder weiter auf uns. Wir brauchen jetzt Punkte. Wir spielen ja eh alle. Wir machen Essen und Trinken 2000 Punkte. Essen und Trinken? Ich will die haben. Ich will die auch haben. Ich habe Hunger. Ich will die auch reinhaben. Essen und Trinken für 2000 Punkte. Hände neben die Buzzer. Für 2000 Punkte möchte ich von euch wissen. Essen und Trinken. Wie lautet der Name des beliebten französischen Gebäcks Eclair, wenn man das Wort direkt ins Deutsche übersetzt? Ich wiederhole die Frage nochmal. Wie lautet der Name des beliebten französischen Gebäcks Eclair, wenn man das Wort direkt ins Deutsche übersetzt? Für 2000 Punkte. Warum muss es denn was mit französisch sein? Könnt ihr sagen, wie man schwäbischen Kartoffelsalat macht? Das wird sowas sein. Zum Beispiel. Ich denke nur an Eclair. Bis eh hätte ich gewusst. Kuss. Ja. Wir wissen halt offensichtlich auch das Gleiche. Okay. Manu. Also ich weiß, was Eclairs sind. Okay, dann verrate ich das aber nicht. Nee, das wissen wir auch. Aber französisch hatte ich nie. Also ein letztes Mal lese ich vor. Ich auch nicht. Dann kommt der Countdown. Wie lautet der Name des beliebten französischen Gebäcks Eclair, wenn man das Wort direkt ins Deutsche übersetzt? Manu. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Vorbei ist es. Hätte keine Idee? Weiße Welle, weiße Wolke. Du weißt Baiser. Baiser. Was wäre das? Kuss. Kuss. Okay. Das wusste ich vorher auch nicht. Wusste ich auch nicht. La Buche der Mund kenne ich noch. La Vache die Kuh. Irgendeine Idee da drüben bei Team Game? Nee. Ich weiß nur, dass sie lecker sind. Also, wenn man das Wort übersetzt, dann heißt es auf Deutsch Blitz. Was? Der Blitz. Und nicht wegen ihrer Form, sondern ich meine, es kommt etymologisch daher, weil sie so lecker sind, dass sie so schnell wie ein Blitz gegessen werden. Ah. Das leuchtet sein. Als wir das Wetter besprochen haben im Französer Unterricht, habe ich nicht aufgepasst. Ich will lieber was Richtiges essen. Vielleicht sieht man das. Einzige Negative, oder das einzig Negative dran ist, wenn in den Nachrichten von jemand, wohl vom Eclair getroffen hat, drinsteht, hört sich das viel lustiger an, als es eigentlich in Wahrheit ist. Und es könnten immer noch beide Meldungen sein. Es könnten, ja. Frankreich unter einer Bäckerei durchgegangen, ne? Ja. Und aus Versehen ein Karton mit Eclairs aus dem Fenster gefallen. Das hätte 2000 Punkte gegeben. Schade. Die nicht vergeben wurden. Wir gucken noch mal, wie viel... Ja, einige Fragen haben wir überlegt. Das ist über einer sehr hochpreisigen. Das Fragerecht geht wieder weiter an... Sollen wir es? Hm? Ja, müssen wir eh. Ja, aber noch nicht jetzt? Hm-mm. Wir machen noch mal Essen und Trinken 200. Okay. Kleiner Snack. Essen und Trinken für 200 Punkte. Hände neben die Buzzer. Ich möchte von euch wissen, für welches Land ist das Gericht Schötbüller? Sarah? Schweden. Sarah sagt Schweden. Und das ist richtig. Ich hab natürlich dann geschaut, das sind die Schötbüller, wie man das so ausspricht. Ich glaube, ursprünglich, die sind natürlich jetzt am typischsten für Schweden. Da kennt man sie auch her. Aber die sollen wohl aus dem Osmanischen Reich, meine ich, ursprünglich stammen. Wir sind, alles Essen ist überall irgendwann mal rübergewandert. Heute geht man in den Baumarkt dafür. So wie es sich gehört. 200 Punkte. Reisebeersauce? Öh, nee. Pro oder Contra? Nee, Contra. Contra. Ich bin voll bei Pro. Auch nicht zum Schnitzel oder so. Entschuldige, das musste ich ganz kurz geklärt haben. Zuletzt mal bei Löffelmessergel mit dem Schnitzel probiert. Das war nicht meins, muss ich sagen. Ja, mag ich auch nicht. Ja, genau. Du hast ja extra mitgestellt. Aber es ist natürlich dieses süß und dann pettig, salzig. Kann natürlich auch gut funktionieren. Aber gut, damit 200 Punkte auf das Konto von Team Game. Handvoll Fragen haben wir noch. Dann bitte Frage recht rüber zu uns. Euch. Du darfst. Komplett von der Rolle. Dann machen wir Kinofilme 200. Eine Sache müssen wir wissen. Kinofilme für 200 Punkte. Hände nehmen die Buzzer. Für 200 Punkte möchte ich von euch wissen, wie heißt Jack Sparrow Schiff im Kino-Blockbuster Fluch der Karibik? Johanna? Ich sag Black Pearl. Ja. Die Black Pearl ist... Ich hab's gewusst, aber es kam mir so leicht vor. Geil. Sehr gut, Johanna. Danke. MVP. Dem Schwarze Perle. Die Black Pearl. Damit kommen noch mal 200 Punkte gleich auf euer Konto. Wie höre ist mittlerweile fünf Filme? Fünf meine ich, ne? Es gab einen vierten auf jeden Fall vor längerer Zeit. Und ich glaub, zwischendurch ist dann noch mal einer ohne Johnny Depp. Ich weiß nicht mehr. Irgendwann hat er mal einen bei dem Schiff Feuer spucken konnte, glaube ich. Und da war ich raus. Das war der vierte, glaube ich. Ich war raus, als die Synchronstimme von Johnny Depp gewechselt ist. Das macht's natürlich dann... Ich kann das nicht. Ich kann's leider nicht. Umso schwieriger. Punkte sind auf euer Konto gegangen. 1500 habt ihr damit. Fragerecht geht wieder zurück an Team Gang. Ja, Körper und Geist 400. Körper und Geist für 400. Es ist eine Schreiffrage. Nehmt die Stifte in die Hand. Gut, gut. Das mögen wir. 400 Punkte können verdient werden. Können wir nämlich auch Punkte machen. Achso, stimmt. Also, ich möchte von euch bitte wissen, für 400 Punkte. Was meint ein Arzt, wenn er O.B. vermerkt? O.B. Was meint ein Arzt damit, wenn O.B. notiert wird? Ja. Ja. Auch schwer. Ja, hätte ich auch gesagt. Kurz über... Das heißt, das überhaupt nicht drauf zu kommen, aber ja. Was heißt das? Er hat es etwas zu tun. Klär mal gleich. Wir sind schon fertig. Krass. Ist er da auch fertig? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, das sieht gut aus. Okay, dann möchte ich erstmal Team Show sehen. Bitte. Ja, ohne Befund. Toll. Cool. Ohne Befund wird draufgeschrieben, was hat Team Game. Ohne Befund ist richtig. Für euch beide. Trinkt du nicht. Du bist richtig gut, heute. Mann, du bist richtig gut, heute. Gemeinfreie Bilder von Ärzten, die keinen Befund ausschreiben. Die haben schon mal reingeguckt und nichts gefunden. Genau, so gut es geht. Deshalb 400 Punkte jeweils auf beide Kontos. Einmal bei Team Game und einmal bei Team Show. Eine Frage haben wir noch über. Draußen im Grün für 2000 Punkte. Deshalb wählen ist es, glaube ich, relativ egal. Sie ist ja dann schon gewählt. Für 2000 Punkte möchte ich von euch wissen. Hände nehmen die Buzzer. Um was für eine Art Tier handelt es sich bei einem Schokoladenfruchtzwerg? Leute, also die Leute in der Biologie drehen langsam ein bisschen durch. Also ich verstehe, ihr findet immer wieder neue geile Sachen raus. Ja, aber ihr müsst euch mal wieder ehren, Leute. Ihr seid komplett blokko gegangen. Ja. Ist eine Schreibfrage, ne? Achso. Ihr sprecht euch gerne ab. Also ihr solltet noch die Chance haben, diese 2000 Punkte potenziell zu bekommen. Nee. Nee, da fallen wir nicht rein in diese Falle. Du musst lesen. Ich hätte zwei Ideen, was es heißen könnte. Ach so. Das könnte nur. Ja, es kann natürlich sein. Es könnte aber auch alles andere nicht möglich sein. Das könnte aber auch sowas sein. Ja. Das könnte wahrscheinlich richtig sein, aber ich glaube das nicht. Ja, aber müssen wir? Ihr müsst nicht antworten. Also wenn ihr... Das ist eine ganz normale Frage. Das ist eine ganz normale Frage. Aber haben wir im Finale theoretisch noch die Chance, wenn wir jetzt nicht antworten? Das habt ihr. Die Schnellrate-Runde gibt es ja noch einiges an Punkten zu verdienen. Können wir das nochmal hören? Mega wäre es natürlich schon ein bisschen... Ich sage euch nochmal die Frage. Um was für eine Art Tier handelt es sich bei einem Schokoladenfruchtzwerg? Das erste klingt schon nach einer verlieben Möglichkeit. Dass ihr es halt so aufschreibt. Also das für es sein, das, das, das. Das ist doch keine Schreibfrage, oder? Nee, 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 nee. Nein, aber wir versuchen es nicht laut. Wir benutzen gerne das Tableau zum Absprechen oder Abschreiben. Das ist ja nicht Abschreiben, Abschreiben, aber hier ist das, was ich meine. Aber ich habe halt wirklich Angst davor, dass es das nicht ist. Aber es wäre Gold, wenn es es ist. Das stimmt, du wärst doch der Superste. Das könnte aber auch das hier sein. Nee, das glaube ich nicht. Oder wie wäre es mit... Ich bin voll verkauft in deine erste Idee. Ich möchte es nicht riskieren. Ein letztes Mal und dann kommt der Countdown. Um was für eine Art Tier handelt es sich bei einem Schokoladenfruchtzwerg? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Das ist One Piece. Und vorbei. One Piece wäre es nicht gewesen. Jetzt habt ihr natürlich erst wieder weggelöscht. Ihr werdet schon mal interessiert gewesen, was eure Fantastereien da gewesen sind. Wo seid ihr denn hingegangen? Wir waren stark bei Schmetterling. Wobei ich da auch aus dem Nerdquiz, glaube ich, einfach ein bisschen geschädigt bin. In dieser Falle wollten wir nicht gehen. Das war zu nah. Nee, Last Beat Standing war es mit den Schmetterlingen. Ja, stimmt. Dann waren wir noch bei Käfer oder was hatte ich? Frosch. Irgendwas, was so eine Schokoladenfrucht irgendwo im Dschungel vielleicht essen kann und deswegen so heiß. So, ich hätte es eher in der Farbe abgeleitet, aber... Auch möglich. Oder vielleicht, wo man so einen Löffel reinstecken kann. Wenn es dann in die Gefrierschublade hat. Das wäre es, glaube ich, alles nicht gewesen. Cool. Also nicht, dass ich eines verpasst habe hier noch in der Aufzählung. Hättet ihr was gedacht? Wir waren bei Schmetterlingen. Und dann haben wir gesagt, wir riskieren es nicht und dann... Also, was Fliegendes wäre schon mal korrekt gewesen. Es handelt sich nämlich bei einem Schokoladenfruchtzwerg um eine Fledermaus. Oh! Ah, ja. Cool. Süß. Enchis Tenis Harty. Harty? Harty auf jeden Fall. Ich habe geschaut, warum heißt die Schokoladenfruchtzwerg? Kann niemand sagen. Die liebt einfach die Schokoladenfruchtzwerge, die es gar nicht gibt. Aber das ist ja nicht great. Ja, vielleicht, ne? Also, wenn du dir Fruchtzwerge holst, bitte in die Gespacksrichtung Schokolade. Das hat safe irgendwie der Sohn von dem Forscher benennen dürfen oder so, weil der gesagt hat, das ist schon die sechste Fledermausart, die ich heute entdecke. Jetzt sag du mal was. Ja, konkret belegt ist es nicht. Damit haben wir die Fragen ausgespielt. Wie gesagt, die eine haben wir ja weggelassen. Dann aus den Fairness gründen. Wir haben damit einen vorläufigen Zwischenstand erreicht mit minus 200 Punkten für Team Game als auch 1900 Punkten, gerade also in einem kleinen Vorsprung für Team Show. Wie sich das äußert, werden wir dann im Finale sehen. Da gibt es ja noch einiges an Punkten zu verdienen. Ich würde euch als Teams-Haber jeweils erst mal fragen, welche Person von euch soll sich im Basse-Duell messen gleich in der schnellen Runde? Du bist super drauf heute. Du kannst entscheiden. Ich würde es machen, aber ich muss nicht. Ich bin mit beiden im Freien. Du dich danach fühlst? Mal probieren. Also, Johanna, du machst es? Ich probiere es. Ja, ich probiere es. Okay. Gut, ich habe den Jägermeister falsch gehabt. Wir haben uns nicht geeignet. Überlegen uns was in der Pause. Überlegt euch das vorher, weil wir in der Pause natürlich dann euch jeweils bestellen müssen. Dann mach du ruhig, Sarah. Ist schon okay. Soll ich? Ich habe es schon häufig gemacht. Dann mache ich es jetzt einmal, aber keine Gewehr. Das ist okay. Alles klar, dann werden wir gleich im Finale Johanna gegen Sarah sehen. Das passiert aber nicht jetzt, aber... In einem kleinen Moment. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück und es ist Zeit für das Finale. Die Finale-Runde im Nerdquist-Teams-Gewiss-Duell-Spezial. Wir haben einen vorläufigen Punktestand in den ersten beiden Runden erreicht. Team-Game mit minus 200 Punkten. Und Team-Show liegt momentan vorn. Gut in vorn. Gut in vorn und gut in vorn mit 1900 Punkten. Johanna gegen Sarah ist das Duell. Sarah, hast du schon mal eine Schnellrate-Runde gemacht? Weiß nicht, wir hatten einen anderen Modus, als du dabei warst beim letzten Mal. Ja, aber ich erinnere mich, wir hatten diese Cover geraten. Und ich erinnere mich noch an das Goat-Simulator-Gate. Stimmt, mit den unterschiedlichen Zahlen. Johanna, du hast selbst natürlich noch nicht gespielt. Aber du weißt, wie die Regeln sind. Ja. Deshalb werde ich es nicht für dich noch mal erklären, aber für die Leute da draußen. In der Schnellrate-Runde haben wir gleich 60 Sekunden Zeit, wo ich sehr schnell hintereinander Fragen stellen werde. Ihr buzzert dann, je nachdem, wenn ihr es wisst oder nicht. Sehr wichtig ist es, damit das Timing auch vernünftig funktioniert. Nachdem ihr gebuzzert habt, wartet bitte, bis ich euren Namen sage. Wenn ihr richtig liegt, weil ansonsten könnt ihr buzzern und schreit dann die Frage rein, da wird es ein bisschen schwierig vom Ablauf her. Wenn ihr richtig liegt, gibt es 400 Punkte plus. Wenn ihr falsch liegt, gibt es 400 Punkte minus. Ich werde euch nicht allzu lange Zeit lassen zum Fragen beantworten, weil wir wollen ja möglichst viele unterbekommen. Ihr werdet also nach ein paar Sekunden stille, wenn nichts kommt, das hier hören und dann sage ich weiter zur nächsten Frage und wir werden die nächste beantworten. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg. Packt die Hände neben die Buzzer. Der Timer geht los, wenn ich die erste Frage zu Ende gestellt habe. Ja. Also. So, kurz durchatmen. Für mich irgendwie ganz neu und frisch nach all der Zeit wieder. Du hast den schwierigsten Job gleich. Mal gucken. Also, wir starten gleich. Welche Farbe hat Sonic the Hedgehog? Sarah? Blau. Richtig. Welcher Planet ist unser Sonne am nächsten? Sarah? Merkur. Richtig. In was für einer Einrichtung arbeitet Homer Simpson? Sarah? Atomkraftwerk. Richtig. Das hätte ich auch gewusst. Wie lautet der Nachname des Harry-Potter-Charakters Hermine? Sarah? Granger. Richtig. Stopp. Welche Sportart wird üblicherweise auf 18 Löchern ausgetragt? Sarah? Wolf. Richtig. Welcher Schokoriegel hieß in Deutschland früher Raider? Sarah? Mein Ding geht nicht. Wix ist richtig. In wie vielen Tagen will Romanfigur Phileas Fokum die Welt reißen? Johanna? In 80 Tagen. Richtig. Welcher Schlumpf trägt als einziger rote Kleidung? Sarah? Taperschlumpf. Richtig. Welche Musiktauschbörse wurde von Metallica verklagt? Zu spät wäre Napster gewesen. Welcher grüne Oga heiratete die Prinzessin für... Sarah? Schreck. Schreck ist richtig. In welchem Jahr war die erste Mondlandung? Zu spät. 69. Welche Agentennummer trägt die Romanfigur James Bond? Hä? Das war gebuzzert, nachdem der Ausbuzz schon war. Deshalb lasse ich es nicht gelten. Alter, bist du schnell. Ich kann nicht mehr... Ein paar hätte ich auch gewusst, aber ich war zu leise. Als Antwort. Du warst einen kleinen Tank zu leise, ich konnte es aus dem Augenblick noch sehen, aber die Buzze sind genau geeicht, dass man nicht mehr buzzern kann, wenn die andere Person schon dran war. Nee, ich schiebe es immer erst auf die Technik, klar. Hier kann was nicht stimmen. Also, bevor wir die Auflösung machen, ihr könnt es zwar schon ein bisschen her, wir holen mal die anderen Teammitglieder rein. Scheiße, ich habe es noch nicht gesehen. Scheiße, da habe ich es verkackt. Wir werden gleich dann das gemeinsam machen. Das ist da hammer gut. Das hast du richtig gut gemacht. Aber da Team Game mit Sarah einen sehr schnellen Abzugfinger hatte, diesmal Abzug hat direkt da dran, Team Show hat 2300 Punkte, bekommen jetzt als finalen Punktestand und Team Game ist bei 3000 Punkten gelandet. Dementsprechend Team Game hat gewonnen. Krass. Herzlichen Glückwunsch. Also, das war mal eine Leistung, wirklich fast alles durch die Bank weg beantworten können. Was war los? Ich war kurz draußen. Ich war ein bisschen zu langsam am Buzzer. Ein bisschen was hätte ich noch gewusst. Das waren keine Schreibfragen diesmal. Ich habe alles aufgeschrieben. Ach so. Schreckt. Notariell beglaubigt. Aber du musst dich nicht gräben, Johanna, ich wäre nicht viel schneller bei dem gewesen. Ich bin mal sehr beeindruckt, wie die Leute hier so schnell dann buzzern und beantworten können. Wie ist das Empfinden bei Team Game jetzt nach so einem großen Rückstand, das nochmal umgedreht zu haben? Es ist Hammer. Ich habe da draußen gesessen und habe gedacht, du bist, glaube ich, die beste Finalistin, die ich hier je gesehen habe. Du hast so gut und so schnell gemacht. Das war Wahnsinn. Ich habe auch gehört, dass wir quasi zeitgleich waren. Aber Napster und die Mondlandung, sowas traut man sich dann auch nicht mehr bei... Du auch nicht, oder? Nein, Napster, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Mondlandung. Heute würde man wahrscheinlich sagen, Metallica habe ich noch nie gehört. Stimmt. Was haben die denn miteinander zu tun? Kennt man doch nicht mehr. Aber es war eine sehr spannende und erquickende Runde. Ein bisschen anders mal, als wie wir es kennen. Deshalb großer Dank nochmal unseren Partner Mac Interactive und natürlich herzlichen Glückwunsch der QuizDuell App für die zehn Jahre. Könnt ihr natürlich weiterhin gerne ausprobieren, kostenlos im App Store bei Apple und bei Google Play für Android-Phones. Und wenn ihr sonst QuizDuell schaut oder spielt, dann checkt auch gerne andere Folgen vom Nerdquiz aus. Es gibt nicht nur die Teams-Ausgaben, sondern auch viele reguläre Staffeln in der Vergangenheit und hoffentlich dann auch in der Zukunft. Bis dahin aber, vielen Dank nochmal an alle. Großer Dank auch an das Team hinter den Kameras, ohne dass hier das alles nicht möglich wäre. Wir sagen danke und wir sagen tschüss. Bis dann. Danke, Gregor. Tschüss. 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 Tschüss.